Untertitelung im Auftrag des ZDF Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Und dabei dreist die strictly andere Angelegenzei. Als erst ein paar V про F nach 2 Bauchliche Alungen. Das da spürt man ein bisschen. So, das so. Und getargelt werden. Und los geht's. Wann bist du denn eingestiegen? Dieses ewige Umsiedeln zählt ganz schön an der Substanz. Aber ich kann euch ja schon mal verraten, eventuell spiele ich auch Episode 1 und 2. Tja, weiter geht's nicht. Willkommen in City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. Erste Warnung, weiter gehen. Aber das ist alles was Sie noch haben. Ich weiß nicht mehr mal im Gameplay. Wir sind ja zum H512. Da habe ich ja gesagt, dass ich am Anfang des Spiels wieder am Ende des Spiels an der selben Städte ankommt. Und das wird ja auch hier gleich bei den Stauern erkennt manche noch. Willkommen. Machen wir nämlich das. Ja, das wird kommen. Und die Ladosequenzen, wenn die Schrauben schneiden. Wenn die Ladosequenzen echt lang sind. Hier war Prospekt. Merkt euch diese Name. Geht doch. Stattungsbericht von lokalen Ortenschutzanheiten. Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Aber ich würde versuchen, mich nicht einzufüffern. Ja. Also ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt vor ein paar Monaten. Zurück. Dann haben wir noch Zeit, dass ich keine Hand. Ja, ich brauche etwas Privatsphäre für das hier. Noch nicht. Aber ich bin die Tür befasst durch. Ich bin nicht hängerin. So. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ich bin's Gordon, Barney von Black Mesa. Tut mir leid. Ich musste den Kameras doch was bieten. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern. Sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Ja, Barney. Was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc. Aber schau mal, wer hier ist. Grundgütiger. Gordon Freeman. So ganz ohne Vormahlung. Geht mir genauso, Doc. Er saß schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also Barney. Na ja, solange er irgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung. Und, ähm, Gordon, schön ihn sehen. Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleines Labor durchkommen. Oha, das hatte ich befürchtet. Trainer Gordon, bevor meine Tarno aufhören. Wenn ich das keine anderen Sachen mehr machen, da ich das einfach mal komplett durchziehen will. Stell was unter das Fenster und raus da. Ja, und dann immer weiter bis zur Plaza. Ich treff dich später. Und jetzt sollten wir hier raus. Und hier kommt gleich die erste Lade-Sequenz. So, wir sind mal wieder. Und weiter geht's. Ah, aber gut, okay. Auf den Kopf. Und jetzt in den Mülleimer. Okay, gehen Sie. Ich stelle unseren Mandat aus. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ah. Da. 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 Und dann. Und dann. Da. 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 auf die europäische dazu setzen stadt mögliche ausgesprochen die ein das 2 die 2 2 3 3 3 3 3 3 3 so beginnt es immer erst ein Haus dann das ganze Viertel ich weiß nicht was sie wollen sie werden schon einen finden und so viel die Fasskommunik wäre ich wieder in der Lage des Quatsch weiter geht's das kann ich alles hinnoch auswendig ich erhielt kürz mich Stopp da! 603 eindringlich ist an Aufsitzkommunik ich bin 1910 Schluss damit hören sie auf hast du hier geklopft? ich wusste gar nicht dass wir noch eine Tür haben was ist noch nicht weiter gehen ne ok ich geh das wird schon werden Achtung Anwohner falsche Personen zahlen in ihrem Block ey bei Kooperation mit Ordnungsschutz vollständiger Ration Schlegerei hey du hier rein ok hoch zum Dach jetzt beeil dich doch da kommen sie Hilfe! oh 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 Lauf 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 Schnell rein hier Lauf weiter hoch zum Dach los jetzt bis zum bis zum